Willkommen zurück zum Monospiel Wolfenstein The Old Blood. Endlich komme ich mal wieder zu, hier weiterzuspielen. Oder anders gesagt, endlich kann ich mich aufraffen, hier weiterzuspielen. Denn The Witcher hat mich doch ein bisschen blockiert dabei. Oh shit. So, jetzt versuchen wir das Ganze hier nochmal. Das haben wir ja in den letzten Folgen nicht geschafft. Hier ungesehen durchzukommen. Wir versuchen es nochmal an dieser Stelle. Okay, der Dicke läuft da auch schon rum. Ah, vielleicht ist die Stelle doch nicht so gut. Gehen wir mal hier unten weiter. Zur Zentrale. Wie war denn das nochmal? Ah, hier. Schockhammer, Bomben-Schuss. Das ist die Sniper, ne? Aber die ist ja nicht leise. Oder ist die leise? Und ich glaube nicht. Die nicht ein Schalldämpfer? Ja, die hat ein Schalldämpfer. Okay. Aber da haben wir keinen Schuss mehr für. Eieieieieieieieieieiei. Das fängt ja gut an. Na gut, solange sie mich nicht sehen. Ja, wobei, wenn sie eine Leiche sehen, dann rufen sie auch Verstärkung, glaube ich. Ach, das ist doch alles kacke. Gehen wir mal hier lang. Einfach mal verschiedene Wege ausprobieren. Ah, okay. Ah, alles klar. Dann gehen wir zurück. War das Pistolenmunition? Ja. Okay, der scheint über mir zu sein. Okay. Warum steht einer? Das scheint aber ein dicker zu sein. Wie mache ich denn das hier am besten? Hier ist die Leiter. Gehen wir nochmal die Leiter hoch. So. Steht da hinten jetzt einer oder nicht? Oh, shit. Oh, man. Ah, das war das Wurfmesser. Okay, Glück gehabt. Ich dachte, das wäre eine Granate gewesen. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich heranzoomen kann. Aber da scheint keiner zu stehen. Da war mein Messer. Na, weit kommen wir hier aber nicht. Scheiße. Das ist natürlich kacke. Das bringt ja mal gar nichts. Okay. Versuchen wir es hier lang. Fliehen mit der Seilbahn. Eine Karte gab es hier nicht, ne? Nee. Ach, das ist gar kein Gegner da hinten. Das ist ein Explosionsding. Das ist ein Ding. Okay, du siehst mich nicht. Alles klar. Den schnappen wir uns jetzt. So weit, so gut. So weit sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Okay. Ja, die Kommandanten sind wahrscheinlich oben. Muss ich hier rein? Oh, hier, hier habe ich mich gerade schocken. Okay. Luft scheint rein zu sein. Scheiße, ich glaube, hier muss ich nicht hin. Oh. Wo muss ich denn hin? Gab es denn eine Art Kompass oder so? Ich weiß, das ist alles nicht mehr. Ei, 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 ei. Flieh mit der Seilbahn. Ich muss das Haupttor aufbekommen. Irgendwo gibt es bestimmt einen Kontrollraum. Dann mache ich mich mehr. Okay, wir müssen das Tor ja auch aufmachen. Scheiße. Hab ich einer gesehen? Oh. Oh. Oh shit, kann ich den auch lautlos aufschalten? Geht der wieder zurück? Der geht wieder zurück. Nee, das ist mit zu riskant. Okay. Mich sieht keiner, mich sieht keiner. Da ist ein Kommandant. Oh shit, hoffentlich kommt da jetzt keiner. Sieht gut aus, sieht gut aus. Okay. Hier haben wir. Okay. Oh, mein Herz pocht. Ei, 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 ei. Wahrscheinlich ist der Kontrollraum oben, ne? Ähm. Ich weiß nicht, kann ich... Ah, scheiße, ich kann nicht speichern, ne? Schade, ich wollte einfach mal zwischenspeichern. Nee. 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 Lauf, lauf, lauf. Okay. Vielleicht ist der Kommandant ja auch hier. Nee, da sind wir eben langgegangen. Das ist nur ein anderer Weg, okay. Das bringt uns nicht weiter. Ja, ich schätze, ich muss da hoch. Okay, ich würde gerne wissen, wo die sind. Da ist der Kommandant. Okay, er geht weg. Okay. Ich habe Angst. Scheiße, jetzt sitze ich in der Falle. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Der hat mich gesehen. Ich hätte mir den Kommandanten holen sollen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, wir sind wieder am Anfang. Scheiße. Dahinten ist der Dicke. Wo ist der Dreckskommandant hin? Ja, hätten wir den mal direkt platt gemacht, ey. Okay. Das bringt nichts, hier zu verweilen. Das ist der Kommandant. Alles klar, den haben wir. Das ist schon mal viel wert. Irgendwer hat mich gesehen. Irgendwer hat mich gesehen. Da. Da. Nee. Da ist ein Dicke. Da ist Leben. Fuck, ey. Dieser Scheiß-Dicke. Fuck, ey. Das ist ein Scheiß-Lämmchen da. Ja, der hat gesessen. Das kann man sicher schöner lösen. Aber ich will den einfach nur weghaben. Jetzt war es noch nicht. Wo ist er? Hat er. Jawohl. Was? Was? Willst du mich verarschen? Ich glaube, du willst mich verarschen. War ich jetzt zu langsam, oder was? Das kann aber nicht wahr sein. 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 Oh, shit. Scheiße. Oh, shit. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Was ist nämlich denn das für eine Waffe? So. Da ist Leben. Sehr gut. Der sieht gesund aus. Weißt du was? Scheiß drauf. Gehen einfach hoch. What the fuck? Wofür ist das denn? Ja, okay. Das sieht gut aus. Gold. Sehr schön. Da ist er hier wieder. Sehr gut. So, wie kommen wir jetzt hier raus? So. Lauf, 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 lauf. Nein. What the fuck? Oh, shit. Oh, shit. Heck hier. Hi, 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 hi. Okay, das ist der Dicke. Zu dem wollen wir eigentlich nicht. Okay. Mal tief durchatmen. und weiter geht's. Ah, jetzt geht's mit dem Hebel. Ist der tot? Nee. Oh, shit. Bloß nicht sterben. Bloß nicht sterben. Okay, ich glaube, wir haben's geschafft. Haben wir's geschafft? Wir haben's geschafft. Juhu. Wir haben's geschafft. Oh, je, 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 je. Haha. Achtung, Achtung. Ein Gefangener ist aus Burg Wolfenstein entkommen. Alle warten in der Fahrbereitschaft. Hier wurde. Ein Gefangener ist aus Burg Wolfenstein entkommen. Alle warten in der Fahrbereitschaft. Okay. Bin ich noch in Gefahr? Schauen wir zumindest keiner zu folgen. Aber es könnte sein, dass mir eine Seilbahn entgegenkommt. Ja. Ich bin wieder einwerfen. Oh. 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 oh fuck aua machen die mir die Seilbahn kaputt scheiße ich glaube ja äh Bombe ey kann ich doch nicht zielen man oh ich bin fast tot sehr gut ich sehe keinen mehr und jetzt ah ich muss da hoch oh fuck gehen Deckung man jetzt tot oder und nun aha scheiße da kommt noch mehr ich sehe nix oh fuck alter 5 meter mich da dran ne da muss ich rein komm ich denn da hin wahrscheinlich außen rum okay jetzt gehe ich drauf jetzt gehe ich drauf oh jetzt ist er ist aufgegangen nie mehr alter okay 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 Alter! 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 Wie werfe ich denn nochmal Granaten, Mann? Ah, hier gibt's ja tatsächlich eine Karte. Ah! Oh, den hab ich nicht gesehen. Okay, da geht's nicht weiter. Eindeutig zu wenig Muni. Nice. Okay, der ist auch weg. Ja, da ist noch einer. Okay, den hab ich erwischt. Da liegt noch eine Waffe. Oh, hab ich mich erschrocken. Das Fadenkreuz ist rot geworden. Alles klar. Ah, Rüstungsverbesserung zu eins, okay. Muss ich da jetzt irgendwas machen, oder? Ah, ja. Okay, schalte das Überladen der Rüstung frei. Das hab ich dann wahrscheinlich schon. Nee. Oder hat er das alleine freigeschaltet? Ah ja, okay. Okay, das wird alleine freigeschaltet. So. Das war wohl der letzte. Das lief doch eigentlich ganz gut. Gut. Erst mal das Aufsammeln. Und dann geht's weiter. Dann kommt die nächste Scheiße. Dann haben die mich nicht gesehen. Wo kommen die denn her? Da war eine gute Pose hier. Schnell nachladen. Schnell nachladen. Perfektes Timing. Warst du das? Musik sagt was anderes. Bewegen uns auch nicht. Vielleicht muss ich hiermit weiterfahren. Nee. Na. Oh, Gold. Aber hier kann ich auch nichts machen. Hm. Hm. Okay. Wie dem auch sei. Hier muss ich die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.